Es ist der 10. Mai 1940, während des Zweiten Weltkriegs in den Niederlanden. Nazi-Deutschland fällt in Holland ein und Fallschirmjäger der Luftwaffe nehmen strategische Punkte ein, um das Voranschreiten von Bodentruppen durch das Land zu unterstützen. Die Invasion wird von heftigen Luftangriffen auf Rotterdam begleitet und gipfelt am 14. Mai mit der Zerstörung der gesamten historischen Innenstadt. Nach Drohungen Deutschlands, in der gleichen Weise auch die Stadt Utrecht zu bombardieren, ergeben sich die niederländischen Truppen einen Tag später. Kurz danach besetzen die Nazis das gesamte Land und setzen neue, anti-jüdische Gesetze durch, die Juden systematisch aus der Gesellschaft ausschließen und ihr Leben einschränken. Die systematische Deportation niederländischer Juden in die Vernichtungslager beginnt im Juli 1942. Einige Niederländer ertragen es jedoch nicht, mit anzusehen, was mit ihrem Land und Volk passiert und treten in den Widerstand. Unter ihnen ist eine junge Frau, die die meistgesuchte Frau in den von den Nazis besetzten Niederlanden im Zweiten Weltkrieg wird. Ihr Name ist Hannis Raft. Hannis Raft wurde unter dem Namen Janette Johannes Raft am 16. Dezember 1920 in Haarlem in den Niederlanden geboren. Hannis ältere Schwester Anni starb tragischerweise mit sieben Jahren an Düfterie. Dies war einer der Gründe dafür, dass Hannis Eltern sie mit viel Fürsorge großzogen und immer ein Auge auf sie hatten. Hanni entwickelte schon im jungen Alter ein politisches Bewusstsein. Beide Eltern verfolgten das Weltgeschehen und diskutierten beim Abendessen offen darüber, auch mit ihrer jungen Tochter. Vor allem ihr Vater Peter war ein aktiver Unterstützer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei der SDAP und übertrug seine linken Ansichten auf Hanni. Von ihren sozialistischen Eltern geleitet, entwickelte Hanni so sehr früh nicht nur einen starken Sinn für soziale Gerechtigkeit, sondern auch einen tiefen Hass auf den Faschismus. Während Hanni zu Hause redselig und offen war, blieb sie in der Schule eher still. Ihre Schulkameraden machten sich häufig wegen ihrer grellroten Haare über sie lustig oder ärgerten sie. Nachdem sie die weiterführende Schule in Harlem abgeschlossen hatte, ging Hanni ab 1938 auf die Universität Amsterdam, in der Hoffnung, Anwältin für Menschenrechte zu werden. Während ihres Studiums freundete sie sich mit den jüdischen Studentinnen Sonja Frenk und Filin Pollack an, was dafür sorgte, dass sie sehr heftig auf anti-jüdische Handlungen reagierte. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Polen. Bereits in den ersten Phasen des Krieges zeigte sich Hannis Widerstandsgeist und sie schickte über das Rote Kreuz Essen und ähnliches an polnische Kriegsgefangene. Am 10. Mai 1940 marschierte Deutschland in die Niederlande ein. Kurz danach wurde eine zivile Verwaltung unter der Fittiche der SS aufgebaut und Arthur Seyss-Inquart wurde Reichskommissar der Niederlande. Unter seinen ersten Handlungen waren mehrere Gesetze, die Juden aus dem wirtschaftlichen Leben ausschlossen. Im Jahr 1940 verbanden die deutschen Besatzungsbehörden Juden aus dem öffentlichen Dienst und zwangen sie, die Besitztümer ihrer Geschäfte zu registrieren. 1941 zwangen die deutschen Behörden alle Juden, sich offiziell als Juden zu registrieren. Die Deutschen behaupteten, dies sei für die eigene Sicherheit der Juden, doch die Wahrheit war, dass es die späteren Deportationen erleichtern sollte, da die Nazis sie somit einfacher finden konnten. Insgesamt wurden 159.806 Personen registriert, darunter 19.561 Personen aus sogenannten gemischten Ehen, sowie etwa 25.000 Juden, die aus dem Deutschen Reich geflohen waren. Im Februar 1941 wurde ein Judenrat aufgebaut. Etwa zu dieser Zeit gründete Hanni den Debattierclub Gemma, in dem Kritik an der Nazi-Besatzung und am Antisemitismus regelmäßige Diskussionsthemen waren. Sie begann auch in der Uni-Zeitung Artikel zu schreiben, in denen sie die Segregation jüdischer Studenten und Professoren kritisierte, die später endgültig vom Campus vertrieben wurden. Am 22. und 23. Februar 1941 führten deutsche Truppen eine Razzia im jüdischen Viertel von Amsterdam durch und verhafteten und deportierten mehr als 400 jüdische Männer in die Konzentrationslager Buchenwald und Mauthausen. Die Reaktion des niederländischen Volkes war dabei einzigartig in Europa. Sie organisierten den Februarstreik, einen zweitägigen Generalstreik, der am 25. Februar 1941 begann. Die deutschen Beamten schlugen den Streik brutal nieder. Daraufhin verhärtete sich die Politik der Nazis. Die deutschen Behörden sowie die kollaborierenden niederländischen Behörden und zivilen Dienste trennten Juden komplett vom Rest der niederländischen Bevölkerung und internierten 15.000 von ihnen in von Deutschland verwalteten Zwangsarbeitslagern. Die Deutschen ordneten daraufhin die Konzentration der Amsterdamer Juden an und deportierte ausländische und staatenlose Juden ins Transitlager Westerbork im Nordosten des Landes. Einige der verbliebenen Juden in der Provinz wurden im Lager Fucht interniert. Für Juden verboten Schilder tauchten auf den Türen und Toren von Cafés, Schwimmbädern, Sportstadien, Museen, Zoos, Bibliotheken, Theatern, Märkten und vielen anderen öffentlichen Orten auf. Juden mussten ihre Wertsachen aushändigen und ihre Geschäfte wurden beschlagnahmt. Am 29. April 1942 wurde angekündigt, dass die Juden nun als Identifizierung in den Niederlanden einen gelben Davidstern auf ihre Kleidung tragen mussten. Wer ohne diesen nach dem 5. Mai kontrolliert wurde, der Tag, an dem die Maßnahme in Kraft trat, wurde verhaftet und für sechs Wochen in Mauthausen interniert. Jeder in den Niederlanden wusste, dass dies einem Todesurteil gleich kam. Die Deportation von Juden aus den Niederlanden begann im Juli 1942. Der letzte Zug in Richtung Auschwitz verließ das Transitlager Westerbork am 3. September 1944. In diesen zwei Jahren deportierten die Deutschen und ihre niederländischen Kollaborateure etwa 107.000 Juden, die meisten davon nach Auschwitz und Sobibor, wo sie ermordet wurden. Nur 5.200 von ihnen überlebten. Zudem versteckten sich etwa 25.000 bis 30.000 Juden mithilfe des niederländischen Widerstands, von denen zwei Drittel erschafften, zu überleben. 1943 wurden Universitätsstudenten gezwungen, ein Treuegelübde auf die deutsche Besatzungsmacht zu unterschreiben. Als Raft sich wie 80 Prozent der anderen Studenten weigerte, die Petition zur Unterstützung der Besatzungstruppen zu unterschreiben, durfte sie ihr Studium nicht mehr weiter verfolgen. Im Sommer 1943 zog sie zurück zu ihren Eltern und nahm ihre jüdischen Freundinnen Sonja Frenk und Filine Pollack mit. Sie organisierte ihnen falsche Papiere, um die Checkpoints der Nazis zu umgehen, die die Grundrechte der jüdischen Bürger weiter einschränkten. Nachdem sie die Universität verlassen hatte, trat Hanni in den Widerstandsrat ein, einer Bewegung mit engen Verbindungen zur kommunistischen Partei der Niederlande. Im Widerstand lernte sie zwei Schwestern kennen, Truus und Freddy Overtzegen, mit denen sie sich eng anfreundete und die den Krieg überlebten. Obwohl sie jung und Frauen waren, wurden sie zu einem berühmten Trio des niederländischen Widerstands, das sowohl von den deutschen Besatzern als auch von den niederländischen Nazi-Kollaboratoren gefürchtet war. Hanni, die weiter eine Karriere im Menschenrecht verfolgte, war das intellektuelle Mitglied. Truus wurde zu ihrer entscheidungskräftigen und praktischen Anführerin und die feminine und leidenschaftliche Freddy plante ihre Missionen. Der bewaffnete Widerstand war eine extrem gefährliche Aktivität und viele Kämpfer wurden verhaftet und hingerichtet. Statt als Kurier zu handeln, wollte Sraft mehr mit Waffen arbeiten. Sie war verantwortlich für Sabotageakte und die Ermordung verschiedener Zielpersonen. Es ist unklar, wie viele Angriffe auf das Konto von Hanni gehen, aber man geht davon aus, dass es mindestens sechs sind. Bevor sie ihre Ziele konfrontierte, trug sie Make-up, Mascara und Lippenstift auf und machte sich die Haare. Sie erklärte dies Truus Overstagen so. Ich werde schön und sauber sterben. Hanni und die Overstagen-Schwestern sammelten lebenswichtige Informationen, organisierten Verstecke für jüdische Kinder, klauten Ausweispapiere und legten Bomben zur Sabotage von Schienen. Hanni sprach fließend Deutsch und ging mit Truus und Freddy Beziehungen mit deutschen Soldaten ein. Sie verführten hochrangige Nazi-Offiziere, lockten sie in den Wald und brachten sie um. Hanni stand auch in Verbindung mit anderen Angriffen und Morden. Auf einen Bäcker, der dafür bekannt war, Leute zu verraten, einen Friseur, der für den Sicherheitsdienst der Nazis arbeitete und einen anderen Nazi-Polizeioffizier namens Willem Zierkzi. Bald wurde sie als das Mädchen mit den roten Haaren bekannt und wurde von den Nazis auf ihre Liste der meistgesuchten Personen gesetzt. Adolf Hitler persönlich ordnete an, sie gefangen zu nehmen. Die Ziele von Hanni und den Overstagen-Schwestern waren vor allem Nazi-Offiziere, aber auch niederländische Nazi-Kollaborateure, die Informationen über Juden oder Familien von Dissidenten weitergaben. Als sie von Befehlshabern des Widerstands den Befehl bekamen, die drei Kinder des Reichskommissars Arthur Seis-Inkwa zu entführen, weigerten sie sich und erklärten, Widerstandskämpfer töten keine Kinder. Wir kämpfen gegen echte Faschisten, nicht gegen Kinder. Hanni arbeitete auch eng mit einem der Gründer des Widerstands zusammen, Jan Bonekamp, den sie sehr bewunderte. Bonekamp war charismatisch, furchtlos und gut aussehend und es gab Gerüchte, dass die beiden eine romantische Beziehung hatten. Am 21. Juni 1944 führten Hannis Raft und Jan Bonekamp den Mord des niederländischen Polizeioffiziers und Kollaborateurs Willem Ragut durch. Hanni schoss als Erste und traf Ragut in den Rücken, doch Bonekamp wurde von Ragut von einem Bauchschuss getroffen, bevor sie ihn umbrachten. Willem Ragut starb dennoch und die beiden Widerstandskämpfer flohen in verschiedene Richtungen. Doch während Hanni fliehen konnte, wurde der schwer verletzte Bonekamp verhaftet und ins Krankenhaus gebracht. Dort gab er aus Unvorsicht niederländischen Nazi-Krankenpflegerin Hannis Namen und Adresse, nachdem diese sich als Widerstandskämpferinnen ausgegeben hatten. Kurz danach starb Jan Bonekamp an seinen Verletzungen und eine Woche später führten Nazis eine Razzia im Haus von Hannis Eltern durch und schickten sie in ein niederländisches Konzentrationslager. Von Trauer überwältigt ergab sich Hanni fast der Polizei, doch Mitglieder des Widerstands befahlen ihr, mit den Overstegen-Schwestern zu bleiben, bis sie sich beruhigt hatte. Sie hörte daraufhin wegen ihrer Notlage und der Trauer über Bonekamps Tod für eine Zeit auf, für den Widerstand zu arbeiten. Als ihre Eltern ein paar Monate später freigelassen wurden, kehrte sie zum Widerstand zurück. Sie verkleidete sich, indem sie ihre Haare schwarz färbte und eine Brille mit Drahtgestell trug. Wieder trug sie zu Mordanschlägen und Sabotageakten bei und machte Kurierarbeit, transportierte illegale Waffen und verbreitete illegale Zeitungen. Doch ihr Einsatz dauerte nur kurze Zeit. Am 21. März 1945 wurde Hannis Raft gefangen genommen, als eine Polizeistreife bei ihr zwei widerstandsnahe Zeitungen und eine Pistole fand. Sie wurde verhaftet und in ein Gefängnis bei Amsterdam gebracht, wo sie gefoltert und verhört wurde. Als sie gezwungen wurde, ihre Haare zu waschen, wussten die Nazis, dass sie endlich die rothaarige Mörderin gefunden hatten, die sie seit mehr als zwei Jahren suchten. Obwohl es zum Ende des Kriegs ein Abkommen zwischen den Besatzern und dem niederländischen Widerstand gab, keine Hinrichtungen mehr durchzuführen, entschieden die Nazis, sie zu töten. Hanni wurde von den Nazi-Beamten Matthäus Schmitz und Martin Kuiper hingerichtet, nur drei Wochen vor der Befreiung. Als Matthäus Schmitz in den Dünen von Overveen bei Blommendal seine Waffe auf Hanni richtete, verletzte die erste Kugel, die sie am Kopf traf, sie nur. Sraft stand noch, als sie ihre angeblichen letzten Worte sagte. Ich schieße besser. Dann traf sie eine zweite Kugel, die von Martin Kuiper geschossen wurde, und sie tötete. Hanni Sraft war erst 24 Jahre alt, als sie am 1. April 1945 starb. Die Niederlande wurde nur 18 Tage später, am 5. Mai 1945, von der Nazi-Besatzung befreit. Die Dünen, in denen Sraft getötet wurde, wurden zu einem Massengrab für mehr als 400 niederländische Widerstandskämpfer, darunter Hanni Sraft selber. Am 27. November 1945 wurde Sraft in einem Staatsbegräbnis offiziell im niederländischen Ehrenfriedhof in Blommendal begraben. Mitglieder der niederländischen Regierung und der Königsfamilie nahmen teil, darunter Königin Wilhelmina, die Sraft ein Symbol des Widerstands nannte. Nach ihrem Tod wurde Hanni als eine der mutigsten Widerstandskämpferinnen des Zweiten Weltkriegs bekannt, in den Niederlanden und darüber hinaus. Der oberste Befehlshaber der Alliierten, Dwight Eisenhower, verlieh ihr Posthum den Freiheitsorden. Doch Hannis Erbe wurde während des Kalten Kriegs wegen ihrer Verbindungen zum Kommunismus in den Hintergrund gedrängt. Vor kurzem, im Jahr 2020, ehrte sie jedoch die stellvertretende Premierministerin Kaisa Ollongren bei der Gelegenheit der Feierlichkeiten zu ihrem 100. Geburtstag. Ollongren sagte, Hanni kämpfte für Freiheit und eine Gesellschaft, an der jeder das Recht hat, teilzunehmen. Ihr Leben lehrt uns, dass wir unseren Blick nicht vom Kampf gegen das Böse abwenden dürfen. Für Hannis Raft wurden viele Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History-Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal. Willkommen in den nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020